In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« trifft Katrin Nicole in einer unangenehmen Situation an. Auch rund zwei Monate nach ihrer Ankunft in Berlin, hat Katrin Ulrike Frank keinerlei Interesse an Kontakt mit ihrer Halbschwester Nicole, Laura Lippmann. Zuletzt sahen wir bei »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten«, dass sich die beiden im Jeremias Krankenhaus über den Weg liefen. Nicole startete einen letzten Versuch, Katrins Barriere einzureißen. Doch ohne Erfolg. Im Gegenteil. Wenig später heuerte Katrin sogar einen Privatdetektiv an. Dieser sollte einen Background-Check durchführen, da sie fürchtet, dass Nicole etwas im Schilde führt. »Ich möchte wissen, woran ich bin. Erpressung, Schulden, Alkohol, psychische Probleme?« erklärte sie ihrer besten Freundin Maren, Eva Mona Rudekirchen. Zwar hatte Nicole eine weiße Weste, doch das hielt Katrin nicht davon ab, weiter zu mauern. Demnächst werden wir in der Serie erleben, dass Johanna, Charlotte Reschke und Nicole versuchen, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist Johanna neben Katrin die einzige Verwandte, die die neue Berlinerin noch hat. GZSZ Johanna sucht den Kontakt zu Nicole. Klar, dass Katrin, die mit der Galuba-Familie abgeschlossen hat, nicht möchte, dass sich die beiden annähern. Wie wir aus den aktuellen GZSZ-Vorschauen, die RTL regelmäßig zu Deutschlands größter Serie herausgibt, erfahren, erweist sie ihrer Tochter trotzdem den Gefallen, Nicole in Johannas Namen ein Geschenk zu überbringen. Doch die gute Intention endet in einer schlimmen Situation für Nicole. Denn die Geschenkübergabe führt dazu, dass Nicole sich halbnackt aussperrt. Ob ihr Katrin helfen wird, und es so doch noch zu einem ersten Schwesternmoment kommt, seht ihr demnächst bei GZSZ. Eine Annäherung wäre auf jeden Fall angebracht. Schließlich heiratet Tobias, Jan Kittmann, bester Freund Michi, Lars Pape, demnächst Nicole.